Hallo. Hier ist es eine große Herausforderung. Entschuldigung. 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 Ich wollte nur mal reingucken. Können Sie machen, ganz toll. Kann ich nicht nach kurzem Ihre Meinung fragen? Ist das möglich, was Sie von den Toiletten halten? Ich halte davon. Das habe ich auch schon mal den Leuten gesagt, die hier das sauber machen. Einfach abfacken. Aber es ist nicht so ordentlich, oder? Nee, aber ich meine, die Zustände, was soll ich sagen? Ich gehe da nur rein, weil ich jetzt nicht hier... Alles Gute, ne? Dankeschön. Es riecht... Ja, es riecht spannend. Ein spannender Geruch. Oh.